Doch, die letzten Tage eigentlich schon, aber heute fängt es wieder mal an hier mit Macken machen. Kann ich Fraps aber irgendwie verstehen? Wir brechen hier bei Fraps volle Kanne, die FPS ist gerade ein. Was soll denn das? Warum raucht denn der hier rot? Das hier. Das ist, weil es gerade draußen hell wird. Das Morgenrot kommt jetzt gerade hoch. Ah ja, ich sehe es gerade. Yeah. Ich glaube, jetzt mag mich Fraps wieder etwas besser. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und direkt mal ein Screenshot gemacht. Der frühe Wurm fängt den Vogel. Wie war das? Ja, so ungefähr. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Wurm fängt den Vogel. So, habe ich jetzt 45? Ja, immer noch nicht 45. Melin, Schluss, gib mal den Gast da mit deinem blöden Metall. Meine Herren. Aber wir zum Munition herstellen, Arort? Nee, ich will hier gerade noch was... Produzieren. Ich möchte noch eine... Noch eine Waffe herstellen. Produzieren. Produzieren. Willst du mich... Willst du mich produzieren, oder was? Willi-Würfel. Ich produziere dich gleich. Slash. Ja, vor allen Dingen... Aber... Vor allen Dingen... Irgendwo konnte man noch gucken. Wir gucken hier die ganze Spielliste. Für die ganze Spiele, die Online-Sache. Ja, Slashlist. Kannst du das gucken? Ah. Lol. Lol? Tut's nicht. Kommt nicht. Lol. Ja, sag dir zu mir, Invalid-Command. Ja, dann gibt's das. Dann gibt's das hier vielleicht nicht. Von unserem Aufnahmeserver her kenne ich das. Äh. Slashlist. So, Crafting. Dann brauchen wir noch mal dreimal Low-Quality-Metal. Gut. So. Ich geb dir jetzt gleich was. Wie du bist draußen. Also, du gehst Holz sammeln? Geh, 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 aber... Ich mach mich jetzt auch mal nützlich ne Runde. Ja, momentan wird halt, ähm, noch Holz und vor allen Dingen wichtig Metall gebraucht. Mhm. Weil du mein best. So, jetzt hab ich mir auf jeden Fall selber auch mal nen Bogen gemacht. Boah, ist der Sonnenaufgang geil. Ja, ähm, passt doch mal auf, wenn das dann so rot wird, da siehst du genauso viel wie in der Nacht. Nämlich gar nichts. Es dauert aber nur ne knappe Minute. Oh, wenn der mir Cold anzeigt, was heißt das? Ja, halt, das heißt ja du, dass du halt frierst, passierst, da passiert aber noch nichts. Aber ich denk mir mal, das wird später noch kommen. Wollen wir eben schnell was gegen tun. Ich denk mir mal, das kommt später noch, dass da eventuell vielleicht du nebenverlust. Wo haben wir es denn gehabt, hier? Haben wir es gehabt. Crafting. E-Ton. E-Ton. Ah, schade, ja, das ist ein. Ich geh mal rausgucken. Ich hol mal stark. Ah, falsch. Hier geht's runter. Ähm, 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 ähm. Aber brauche ich nochmal, nochmal 5 Low Quality. Das heißt, ich brauche nochmal 50, nochmal 75 Eisen. 75 Eisen nochmal. Mist. Okay, dann gehen wir, glaub ich, auch erstmal mit Hacken. Was war das hier? So. Ja, wie gesagt, das Einzige, was halt hier wirklich extrem ist, ist, dass wir das Munition herstellen. Das ist, du, das ist, du brauchst so viel Ressourcen, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, du brauchst halt immer, immer dreimal, dreimal Sulfur. Äh, nee, Quatsch. Zwei Sulfur und zweimal Carcol. Dafür kriegst du dann, ähm, ein Gunpowder. Weil, was ist denn heute los, he? Dann kriegst du halt ein, ein Gunpowder und dann brauchst du halt immer, immer ein, ein Metalfragment und zwei Gunpowder. Äh, drei Gunpowder für eine, für eine Kugel. Das ist aber eine Menge. Das ist richtig, richtig extrem, also ist richtig, richtig intensiv vom, vom, vom Produzieren her. Ja, ein Blueprint. Kevlar-Helm. Ah, you already know this Blueprint, okay. Ich hab ein Blueprint für jemanden, der möchte. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ich hab neunmal Metal, Aurora. Ja, macht ne. Sammeln, sammeln da weiter. Ich geh vor dir, du bist in die Wiese. Wow. Ja, halt, halt um unser Haus, komm rum. Es ist schon wieder ein Blueprint, schon wieder Kevlar-Helm. Hä? Wollen die mich verarschen? Jetzt hab ich zwei Blueprints in Folge gefunden, zweimal Kevlar-Helm. Äh. Naja, eigentlich, eigentlich eher nicht. Weil, wenn, weil, wenn, wenn so viele Blueprints troppen, das ist, das ist nicht gut. Warum? Ja, weil dann alle relativ fix komplett ausgerüstet sind mit allem möglichen und hin und her. Dann ist es ja auch langweilig. Alter, für dich zumindest. So, hab ich noch Steine einstecken? Hab ich noch. Okay, jetzt brauchst du ein paar Pfeile. Ich brauch Pfeile. Ja, und Facemen immer gucken, ne, hier, nicht, dass du irgendwie mal irgendwo hinrennst, sondern so ein hässliches Viech dann an dir dran hängt. Ja, ja, ihr müsst auf jeden Fall aufpassen nach den roten Viechern. Und die machen euch richtig böse Auer. Ja. Und vor allem, verlauft euch nicht. Ich versuch, mich einfach an der Straße zu orientieren. Ja. Weil verlaufen geht schneller, als du denkst. Cortexianer. Was ich wirklich schade finde, dass man mit dem Bogen nicht groß zielen kann. Das wär so hilfreich. Hm, so leicht, so leicht die Zielhilfe wär schon nicht schlecht, ne. Deswegen hast du... Wie war das mal, kann ich alles sagen? Was ist denn hier los? Leckt der Server, oder was ist hier los? Was war was denn? Ich war gerade in einem Haus drin. Ja, du bist auch zurückgesetzt worden, oder? Ja. Da gehe ich rein, oder ich? Hallo, und ein paar böse rote Bär. Ja, wir hatten aber auch gerade im TS-Connection lost. Ich glaube nämlich eher, das kommt vom Kabel Deutschland wieder mal. User in deinem Kanal ist ausgeteilt. Wer hat jetzt ausgeteilt? Echt nicht. Du bist... Ja. Ist da Radioaktivität? Wo du bist? Ja, ja, ja. Achso, du bist da. Ich weiß auch. Hä, wieso kam denn der Timeout? Der hat sich bestimmt gleich wieder reconnected, ne? Denk ich mal. Ah, das ist also nicht vom Aufnahmeserver, das ist nämlich hier auch so, dass da drüben so viele extreme Viecher sind. Also ist das wirklich reingepatcht worden? Also ist wirklich jetzt höheres Mob-Aufkommen? Im Gegensatz zu vorher? Wer rennt denn da vorne vor mir her? Hä? Sieht aus wie Ben. Also ich bin jetzt gerade über den Hügel drüber. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Stadt rüber. Ja, halt. Hügelkler Stadt? Ja, halt. Aber eine verlassene Stadt, die ist auch radioaktiv. Nein, bei mir ist aber radioaktiv. Ich bin ja woanders wie du. Ich bin aber auch cool, ich renne da rüber, um Zeug zu sammeln. Und habe überhaupt keinen Platz. Dann aufpassen, Viechers. Oh. Rechts. Oh yeah, das ist geil. Research geht auf jeden Fall, auf jeden Fall safen. Was willst du mit safen? Das Nackigirl hat ein Research Kit gefunden. Und zwar ein Research Kit kannst du dir auf einem Item rausziehen, was du besitzt. Und dann lernst du dadurch das Rezept davon. Okay. Geil. Deswegen kann ich ja auch schon relativ viel herstellen. Weil ich halt Sachen gefunden habe. Und die Sachen, die ich gefunden habe, habe ich dann auch researcht. Also zumindest halt immer, wenn ich diese Kits hatte. Alter, was hier an Blueprints droppt. Das ist ja krank. Und vor allen Dingen habe ich alles schon. Also die Blueprint Rate auf dem Server, die ist echt extrem. Ich habe jetzt schon das dritte Blueprint gefunden. So. Was ist das? Was ist das? Ich bin drüben in der Stadt. In der Stadt, wo du hergekommen bist. Weil ich das rein muss. Doch, da wolltest du unten reinrennen, wo ich dir gesagt habe, du musst rechts hoch. Ach, wie? Genau. Was stockt denn jetzt schon wieder so extrem? Ich bin drüben in der Stadt. Ich bin drüben in der Stadt. Ja, ich weiß nicht. Mein Fraps, das spackt sich heute ab. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist aber komisch, weil es immer nur, wenn Benni dabei ist. Doch nicht. Irgendwie schon. Meine Blueprintsbindung ist stabil. Bei mir, finde ich, bei mir... Ja, Fraps hat da nichts mit dem Internet zu tun. Schon wieder Blueprint Granaten. Bei mir leckt nichts. Bei mir läuft alles ganz flüssig. Ja, bei mir ist er auch bloß am Lecken, wenn Fraps sich ein abspinnt. Aber wenn, da vorne sind gleich rote Viechers. Warte, ich komme jetzt noch nicht hier in dieser Lagerhalle drin. Was? Lagerhalle? Wo seid ihr? Ich muss in die Straße, dann würde ich unten im Haus irgendwas tun. Warte. Seid ihr über so einen kleinen Berg drüber gelaufen? Ja. Dann wird es gleich radioaktiv. Da ist nichts drin. Ich habe schon wieder Pistol gezogen. Ich bin ready for one shot. Aber da unten sind gleich die roten Viecher, wie gesagt. Ja, ich weiß schon, wo ihr seid. Kann man Bären mit einem Schuss killen? Nein, nein. Schade. So, ich komme jetzt zurück. So, one shot, headshot wäre schon geil. Die kannst du, glaube ich, nur mit der Shotgun mit einem Schuss killen. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Dann weiß ich, was ich mir auf jeden Fall besorgen werde. Ich habe schon eine gebaut. Cool. Ich renne hier mit der Spitzhacke ein Swaff herum, weißt du? Ja, das ist alles dasselbe. So, welches Viech meinst denn du jetzt? Siehst du, da unten sind sie schon. Den Wolf unten. Drei. Der Wolf. Drei rote, ein Wolf. Ah, das sind nur zwei. Vier, drei. Ich sehe vier rote Viecher und ein Wolf. Was siehst du, Ben? Drei rote und ein Wolf. Einer ist im Wald. Vier rote, ja. 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 Da hinten ist Stein. Wo läuft der einfach rein? Ich habe ja keine Pfeile mehr. Ach so. Ben, mach mal langsam, wenn du jetzt gleich links läufst, da kommt gleich irgendwo ein Stein. Oder ich spusch durch? Was zum Abbauen ist. Wo? Laufen wir mal hinterher. An welchen? Hä? Da hinten wo du immer gesagt hast, was das Sponken da wollen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ach so. Okay. Ich sehe mich schon. Langsam. Ja, wo denn? Boah, jo. Ich habe gesagt, ich hatte langsam. Ja. Du redest halt so langsam, wie es hier ankommt, weißt du? Aber das sind einige schöne Steine zu abbauen hier. Ach, da hinten. Jetzt habe ich dich gesehen, ja. Ich will hier irgendwo drum rennen, weil unten sind die ganzen scheiß Viechen. Das ist voll mobb ich hier. Mobs. Wo bist du? Ich glaube, ich habe da gefangen, oder was? Ja, ich bin hier oben. Wo denn? Wo denn? Pass auf, hier rennen überall Viecher rum. Ja, schau, jetzt hast du nämlich einen Bären am Arsch. Da. Ja, du hast einen Bären am Arsch. Ja, ich habe schon vieles gehört. Na, weil es jemand zu jemandem sagt, du hast einen Bären am Arsch, habe ich zum ersten Mal. Hallo. Haare im Arsch. Kommt die Viecher berge hoch? Was? Kommt die Viecher auf Schelzen hoch? Bestimmt. Bitteschön. Ne, jetzt, jetzt kommt es erstmal her hier. Wo ist das mal ein wenig Zeug? Ich kriege schon einen Krampf. Ja. Da unten ist auch ein Wolf, sonst würde ich hier... So, einmal das lernen, immer Rechtskrieg machen und aufs Doody. Auf der Distanz kriege ich den die One-Geschottet, oder? Ne. Die kriegst du eh nicht angehütet auf der Entfernung. Dann soll ich es nur noch versuchen. Ich habe nur... Ah, okay, kannst du mit dem Pfeil versuchen. Aber ich habe wirklich nur einen Schuss für die Knüster. So. Ihr seid einfach über den Berg drüber gelaufen, oder? Gehst du auch mit? Ja. Los, komm. Ja, dann hast du schon gelernt. Ja, ich war ganz nah dran, hast du das gesehen? Dann hast du schon gelernt, los, komm. Ben, du musst so ungefähr in die Richtung zielen mit dem Pfeil, dann triffst du. So, das war ganz am Ende. Zieh in mir? Ja, super. Ich mache mit Ben gerade Zielschießen. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist ein bisschen tricky, also du musst wirklich ein bisschen üben. Aber ich meine, wenn das einmal... Boah, schade. Das sah jetzt nach einem One-Shot aus, ey. Wenn du es einmal schaffst, dann... Dann geht das schon. Ja, hol ihn halt. Arbeit auf, dass du keine Fieße bekommst. Schön, der war auch nahe dran. Der kommt immer näher hier hin, also wird es immer leichter. Ja, du hast mir den Holzschabel da drüben gesehen. Du hast mir den Holzschabel da drüben gesehen. Alter. Knapp dran vorbei. Ja, jetzt geht er natürlich weg. Drecks viel. Ihr seid in dem radioaktiven Gebiet da unten, oder? Oder halt zwischen den zwei radioaktiven Gebieten? Ja, wir sind zwischen den radioaktiven Gebieten. Und mein Geigerzähler... Mein Geigerzähler jammert nämlich noch nicht. Meiner auch noch nicht. Was war das denn? Das war mein Handy. Ach so, okay. Faceman hat eine PS-Introphäre bekommen. Ja, genau, ich habe einen Shooter, habe ich eine PS-Introphäre gekriegt. Ja, ich habe ihn gebrochen. Ja, ich habe ihn gebrochen. Ja, ich habe ihn gebrochen. Na ja, los, jetzt stürzen wir uns hier einmal. BANG! Ah, verzogen. Verdammt. Na komm. Wie nur ein kleiner Lager, und da hat schon jemand drauf rumgehackt. Jawohl, hast du den gesehen? Lass du den gesehen, ey. Los jetzt. Ich habe auch die Angst, ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt hier hochkommt. Ja. Da ist er. Lass ihn kommen. Er will von hinten. Er kommt von hinten. Ja, 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 ja. Bist du bereit? Ja. Der kriegt so eine vollverbraten hier. Oh, da oben kommt er über die Felsen. Was, Milf jetzt join the server? Ach, Milf. Ey, der Wolf ist gerade bei mir. Was, Milf jetzt join the server? Komm her, Junge. Ey, der Wolf ist gerade bei mir. Ich bin gerade auf dem Felsen gekommen. Willst du ihn haben? Willst du's haben? Ja, ich will. Ich will mal looten hier. Der Wolf ist gerade auf dem Felsen gekommen. Ich habe gezielt, Patz, tot war er. Oh. Wie mache ich das? Mit E. Ne, Quatsch. Oder doch. Eigentlich mit E. Ähm, ihr seid doch nicht mehr auf der Straße, oder? Nein, wir sind leicht daneben. Wie leicht daneben? Äh, leicht daneben. Warte. Was heißt, was heißt leicht daneben? Links oder rechts? Rechts, rechts. Siehst du mich? Hä? Hallo? Wenn du jetzt gerade ausguckst. Seht ihr mich? Ach, was seid denn ihr für Schisser? Wieso rennt der da oben rum? Weil wir, die wollten über den Berg drüber und gucken. Was da ist. Wir haben uns ne Lager, äh. Oh, guck mal was auch entsteht. Ja, ich hab ihn jetzt ja hier. Verlassen, hast du Schwein gebrochen? Nö. Hast du Schwein gehabt, alter? Was? Weiberst du verloren? Genau, die haben hier oben gebaut. Alter! Ich sollte den Basma mal ein bisschen regulieren. Das hat sogar bei mir mein Bilch headset gebrochen. Was macht er denn da oben? Den Wolf looten. Alter! Er festet den Wolf. Okay, jetzt hab ich 5 Leder. So, was haltet ihr mal davon, jetzt die roten Viecher da platt zu machen? Welche, die unten? Ja, die, die ihr schon am angreifen seid. Mach mit! Also, was heißt denn, was seid ihr für Schisser, ey? Wir spielen grad mal die ersten 20 Minuten. Alter, die Entfernung muss erstmal treffen. Ja, das ist... Warte, warte, warte. Ja, treffe! Ja, treffe! Oh. Warte, warte, warte. Lassen kommen, lassen, kommen, lassen, kommen, lassen, kommen. Nein! Nö! Wie der vollbreitbeinig da liegt, Alter! Warte, 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 warte. Meiner! Noch nicht? Hör auf! Junge! Darf ich schlachten? Mach halt!